2.921 Dollar verdient. Ja, nicht so viel, aber es passt schon. Sind wir richtig on a roll. Jetzt wird es bestimmt gleich frustrierend. Bisschen was zerstören. ganzen WrestleMania-Schilder. Sind nur ein paar. In 5 Minuten. Und Kane steht da. Das ist nicht schön. Hallo Kane. Hi Officer. Ich habe noch nichts getan. So, wie stelle ich das am besten jetzt an? Indem ich renne. Like a coward. Und tschüss. Au. Ja. Ein Abdominal Stretch hilft dir ja auch nicht, Kane. Schock mich nicht so. Habe ich schon den einen gesagt. Kane, danke für deine unfreiwillige Hilfe. So, auf den Boden geschickt. Ist das nicht irgendwie Hilfsmittel oder so? Hammer, Stuhl, alles. Au. Das war ja, nicht die Faust Gottes. Die Faust der Hölle. Okay. 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 Ja, genau. Schlagzeug dagegen. Jawohl. Smash. Es sind nur drei Schilder. Okay. Kane. Machen wir wieder das gleiche. Ich sehe nichts. Aus der Bahn. Jawohl. So machen wir das. Hören wir denn Abdominal Stretch auf. Au. Ach, uh. Ich habe nur noch drei Minuten. Ja, okay. Aber das ist schaffbar. Au. Aber nicht so. Das ist Agamol. Lass mich nur. Nur noch ein Wrestlemania-Schild. Ah. Oh. Glück gehabt. Au. Jetzt nicht. Ich sollte dann vielleicht einen Special einsetzen, sobald ich ihn habe. Jeden Moment. Und zwar jetzt. Ja, hau den Office um. Ey, ist gar nicht so. Ah, okay. Screw it. Ah, komm gleich. Gleich. Nein, nicht jetzt Kane. Böser Kane. Ganz böser Kane. Jetzt kommen wir im Moment. Jawohl. Das war schon ein bisschen knapper jetzt. 5.615 Dollar. Das ist nicht schlecht. So. Mal schauen, was hier als nächstes kommt. Oh Gott. Ich hasse sowas. Ich finde auch die Tables, Ladders und Chairs Matches in den Gamecube-Spielen sind ein bisschen schwer. Ich muss nur aufpassen, dass keiner den Aktenkopf verschnappt. Also sowas wie die letzte Mission aus der ersten Stage. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Erfahrung darin. Den werde ich schon mal ein bisschen schwächen. Oh. Schon blutet er. Und dann schauen, dass ich möglichst bald ein Special auch aktivieren kann. Es müsste, glaube ich, auch bald ein zweiter kommen. Wenn man das sieht, ich glaube nach einer Minute. Bevor er irgendwie kontern kann oder so. Ich glaube, jetzt kommt gleich einer. Nicht? Doch, jetzt. Christian. Nein. Schüttel die Stange, dann fallst du runter. Nein. Böser Christian. Ich DDT dich gleich. So. Und du blutest. Nach einem DDT. Nein. Hau dir um. Ne? So. Ja. Ja, so. Erfolgreich runterkauen. So. So. Mal schnell sein Move eingesetzt. Ja, eigentlich hat er ja ein ein Prettier. Ah. Handdecker. Mach sowas nicht. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Naja. Egal. Wer von beiden steht zuerst auf? Christian. Und jetzt der Agent. Genau um mich reingerannt. Das war sein Fehler. Nein, kein Bodyslam. Nein, 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 nein. Das unterbinden wir mal ganz schnell. So. Gleich beide tropfen. Wir brauchen ein Special. Schnell. Naja. Du stehst als erster auf. Kriegst ein DDT. Und hau damit Christian auch gleich um. Kann ich den denn nicht reinschmeißen? So theoretisch. Nee. Nein. So, ich hoffe. Es dauert nicht allzu lang, der Last Ride. Zeit. Okay, hab Zeit. Steht nämlich der andere schon auf. Ja, kein Drank-Sleeper. Hau ich den mit dem Big Boot um. Ich wollte eigentlich auch ein Last Ride noch machen, aber ich hätte ihn vorher umdrehen müssen. So. Bleib auf dem Boden, Christian. Ist besser für dich. Und deine Gesundheit. Wo ist der Agent? Da ist der Agent. Dich DDT ich schnell mal. Dass du auf dem Boden bleibst. Ah, wenn ich viel Glück hab, landet der auf dem Agent. Nee. Doch. Jawohl. Noch besser. Ha. Feicht gehabt. So. Wer von beiden zuerst? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ich riskiere es aber nicht mit meinem Last Ride. Aber bei ihm riskiere es. hat die Zeit nicht mehr gereicht. Aber hab das jetzt eh gleich geschafft. Von dem her. Ihr sollt jetzt nicht so selbstsicher sein, aber ich hab's geschafft gleich. Na also. Läuft jetzt richtig gut nach dem letzten Fail. Und ich würd sagen, ich mach jetzt hier einen kleinen Break und man sieht sich in der nächsten Aufnahme wieder. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017